Die Baumstuhle Kulturforum ist ja eine Gemeinschaftsinitiative aller NachbarInnen hier am Kulturforum. Alle Museen sind beteiligt, die Philharmonie, St. Matthäus. Und es ist, glaube ich, für uns ein gemeinsames Projekt, uns an den eigenen Haaren aus dem Schlamm zu ziehen, weil es ist einfach viel zu heiß hier im Sommer. Es ist eine öde Betonplatte und es braucht eine große Aufenthaltsqualität. Und das schaffen wir jetzt eben mit Verschattung, mit Begrünung und mit Sitzgelegenheiten. Wir haben momentan, merken wir, sehr große Hitze und dann plötzlich sehr große Regenereignisse. Wir haben in der Stadt auch Gasemissionen, Schadstoffemissionen. Und alle die Bäume, die hier gekommen sind, sind etwa 22 verschiedene Sorten, die vertragen diese extremen Bedienungen. Es verbindet in gewisser Hinsicht die Gebäude. Das ist ja so ein altes Thema im Kulturforum, dass es diese Solitäre gibt außenrum, die großen Kulturinstitutionen. Es war immer die Frage, wie verbindet sich das eigentlich miteinander, weil so ein großer Leerraum dazwischen ist. Und so wie die Baumschule angelegt ist mit ihren drei Inseln, wird das ein verbindendes Element sein, was es dann zwischen den Häusern gibt. Der Hauptevent für mich ist, dass hier erstmal gepflanzt und langsam gewachsen wird. Und dann hoffen wir, dass wir am 3. September ein großes Event machen mit einem Open-Air-Konzert. Und das ist ein ganz schöner Anfang. Und dann muss man mal sehen, dass wir für das nächste Jahr, eben als Baumschule, so ein bisschen in Richtung Wald wachsen.